Eine Situation, die für mich persönlich sehr wichtig war, das waren meine Zuckerl. Ich habe schon hundertmal erzählt, wenn irgendwas nicht gegangen ist, irgendwas gerade nicht funktioniert hat, irgendwas schlecht war, habe ich mir einfach eine Karnitur Zuckerl genommen oder irgendwas Schoko und bin in eine Runde gegangen und habe den Kindern den Tag versüßt. Und das, was mir schon stark in Erinnerung geblieben ist, die Dankbarkeit, die ausgestrahlt wurde, die kenne ich persönlich nicht in dieser Intention von Österreich. Ich glaube, das hat eben mit dem zu tun, dass wir viele Dinge als selbstverständlich ansehen.